Du stehst in der Früh auf, da sind 30 Leute, die dich ständig anstarren. Keine Privatsphäre, keinerlei Rücksichtsmöglichkeit. Für manche sind das rückständige Kulturen, die in Höhlen gelebt haben, mit der zausten Haar, andere wiederum neigen zur Idealisierung. Das einfache Leben im Wald, ohne Gier, das ist doch das schöne Leben, das wir uns vorstellen und das wir doch so gerne wieder haben wollen. Was für eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich hatte das Gefühl, ich werde die ganze Zeit hin und her geschmissen, zwischen romantisiert und im nächsten Moment völlig schockiert und er hat irgendwie mit meinem Wertesystem gespielt. Wenn jemand irgendwas Sinnloses oder Unnützes macht, gibt es drei Stufen von Bestrafung. Zuerst wirst du ausgelacht, dann fortgeschickt und dann umgebracht. Denn Reinhold Messner, der nur auf Berge läuft, weil dort vorher keiner war, hätten sie nach den dritten Achttausender gekillt. Jetzt bin ich seit 20 Jahren in der Vortragsbranche und selten hat mich eine Geschichte so bewegt wie Kallets Erzählungen. Ich bin an seinen Lippen gehängt und fand's genial. 95% der Menschheitsgeschichte hat so stattgefunden. Das heißt, wir sind die Ausnahme. Das war die meiste Zeit der Normalzustand. Und Musik gibt's übrigens auch keine. Dieses Getrommel hier im Trailer ist ein reines Klischee. 2 2 3 3 4 4